Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 7. Mai Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Apostelgeschichte 2, Vers 32 Als ich einst über diesen Text gepredigt hatte, sagte mir jemand fast ärgerlich. Sie reden immer über die großen Taten Gottes, das sind gewissermaßen 1000 Markscheine. Ich aber brauche für mein Alltagsleben Kleingeld. Ich brauche Rat und Hilfe in meinen Ängsten und kleinen Nöten, in meinen persönlichen Fragen und Problemen. Ich brauche, um es ganz deutlich zu sagen, nicht große Taten Gottes, sondern kleine Hilfen und Ratschläge. Ich erwiderte, sie gleiche einen Mann, der zum Reiten nur einen Sattel braucht, aber kein Pferd. Sehen Sie, unsere kleinen Nöte, Kämpfe und Alltagsfragen können doch nur gelöst werden, wenn unser Leben im Ganzen in Ordnung gekommen ist. Sie sagen, was sollen mir die großen Taten Gottes? Nun, durch das Sterben Jesu am Kreuz und durch sein Versöhnungsopfer kann ich ein Kind Gottes werden. Erst als das Kind Gottes aber kann ich mein Alltagsleben mit Gott richtig besprechen. Als Kind erst kann ich meine kleinen Dinge im Vertrauen vor ihm bringen. Und nun hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Das ist gewiss eine große Sache. Ein 1000 Markschein. Aber das heißt auch, ich darf einen wirklichen, lebendigen Heiland und Erlöser für mein kleines Alltagsleben haben. Verstehen Sie, es gibt ein erlöstes Alltagsleben und ein unerlöstes Alltagsleben. In Jesus und in der Gemeinschaft mit ihm kommt das Kleinste unter die Kraft der Erlösung. Man kann, um in ihrem Bild zu reden, Kleingeld nur haben, wenn man zuerst das große Geld empfangen hat. Das dürfen wir dann als Kleingeld täglich ausgeben. Herr, mache uns dein Heil wichtig. Gib uns einen Sinn, der dein Heil im Großen und Kleinen ergreift. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 Vielen Dank.